heyo leute willkommen zur nächsten folge dead space 2 in diesem raum ist es dezent laut deswegen gehen wir auch gleich mal weiter hier ist es nicht mehr so extrem laut ok da geht's nur Ich höre da schon was, äh, was ich nicht hören möchte. Damit passiert hier zu lange nichts. Hier muss gleich irgendwas passieren. Ja, der Raum sieht schon, äh, ziemlich danach aus. Hat sich grad was... Ne, okay, das ist die Grafik. Oh, kacke. Bis dahinten muss ich. Die Dinger, äh... Ich wusste, dass irgendwas passiert. Ich wusste es. Ich wusste es. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Okay, ich dachte schon, hinter uns kommt noch was. Oh, hier, du chillst jetzt mal dein Leben. Was sagt ihr, du chillst dein Leben? Geh doch, kacke. Uh, oh, alter. Isaac, 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 sie bringen ihr das Schiff ein. Ja, ich weiß. Ich will... Ich gehe, invinci ich auch nicht. Ich bin wieder reacts magamerComm愛. Ich weiß ja, was ist das Schiff ein. Ich kann mich jenken, ja denkst du. Holy shit. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt schon alles war. Ich weiß ja. Ich weiß ja. Ich weiß ja. Aber irgendwie sind solche Stellen schon geil. Das war sonst im ersten Teil immer ein Kapitelwechsel, diese Stellen. Okay, wir gehen erstmal in den Shop. Äh... Ja, ich guck mal, haben wir Platinen? Nee, okay. Okay, den Shop, wir können auch keinen Energieknoten kaufen. Äh, ja, bei der nächsten Bank können wir einen Energieknoten verwenden. So, nein, ich möchte speichern. So, einmal eben speichern. Und dann müssen wir den Fahrstuhl nutzen, genau. Ich warte echt immer noch drauf, dass da oben irgendwann mal ein Monster rauskommt. Da warte ich seit dem ersten Teil schon drauf. Falls... Äh... Ein paar von euch vom ersten Teil bei mir nicht geguckt haben. Wovon ich mal stark ausgehe. Auch nö. Aber hier dran kann ich mich, glaube ich, so erinnern aus dem ersten Teil. Ich labere immer so für vom ersten Teil, aber es ist auch so cool, wenn man den zweiten zockt. Und dann so... Genau an dem gleichen Ort vom ersten Teil ist. Muss ich da rein? Natürlich. Da musste ich im ersten Teil auch durch. Hier ist ne Bank. Okay. So. Äh... Ja, ich würde mal sagen, die machen wir. Da könnten wir... Kapazität machen. Das machen wir auch. Und jetzt können wir hier rein. Genau. Das machen wir auch. Da ist nichts gekommen. Echt? Was ist eigentlich das Blaue? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Okay. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Okay, dann müssen wir da nachher bestimmt noch lang, wenn es da so weit geht. Och, kacke, ich hab den überhaupt getrocknet. Bei diesen fetten Viechern versuche ich immer, in den Kopf zu schießen und nicht in den Bauch, weil sonst diese Kackviecher immer kommen. So, das werfen wir mal weg, dafür nehmen wir das auch. Okay, das ging schnell. So ein Headshot macht schon vieles aus. Gut, ich geh richtig. War das nicht sogar? Ja, ich merk gerade. Ich hab gerade so den Arm gesehen. Ich glaube, das war der Raum, wo ich beim ersten Teil extrem lange gebraucht habe, weil ich aber nicht gerafft habe, was ich machen muss. Okay, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewerten und kommentieren und zur nächsten Folge wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.